Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom House of Snakes Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und erstmal ein riesengroßes Dankeschön für das bisherige Feedback und die lieben Nachrichten zum Podcast allgemein und vor allem zu Folge 1. Das hat mir echt eine riesen Motivation gegeben beziehungsweise nochmal so einen Push, um weiterzumachen. Ja und dementsprechend machen wir heute auch direkte weiter mit Folge 2, denn aktuell befinden wir uns ja in den Motto-Wochen von House of Snakes. Das ist einfach so eine Art Aktionswoche, wo ich eins meiner Tiere so ein ganz bisschen detailliert vorstelle, euch ganz viele Storys erzähle über die Artberichte und so weiter und so fort. Und aktuell sind wir in Motto-Woche Nummer 1 und da geht es um den Olaf. Den Olaf kennen vielleicht einige von euch schon von Social Media. Das war somit das erste Tier nach meiner damaligen Terroristikpause. Es handelt sich dabei um mein Antaresia-Schild Reni-Männchen, also einen australischen Zwergpython. Falls ihr jetzt absolut überhaupt keine Vorstellung davon habt, wer oder was Olaf ist, schaut gerne bei Social Media vorbei. Oder ich gebe euch einfach so eine kleine Zusammenfassung des Tieres mit. Ja, es ist einfach ein kleines, sehr wütendes Etwas mit einem riesengroßen Ego-Problem. Spaß beiseite. Das ist natürlich absolutes Vermenschlichen. Aber was ich euch sagen kann, ja, obwohl es eine ungiftige, harmlose Art ist, gehe ich tatsächlich an Tier und Terrarium nur mit Haken dran. Der beißt nämlich in alles und vor allem ständig. Das ist super anstrengend manchmal. Ich hole die Tiere aber allgemein nicht allzu oft raus. Dementsprechend kann man sich damit arrangieren. Also es gibt wirklich Schlimmeres. Und ja, er ist einfach so ein kleines bisschen merkwürdig. Ich glaube, das beschreibt den Olaf ganz gut. Und trotzdem liebe ich dieses Tier absolut. Ja, es ist so ein kleines Highlight tatsächlich in meinem Bestand. Er bringt mir jede Menge Spaß durch seinen sehr fragwürdigen Charakter und seine komischen Aktionen. Und ich finde auch optisch ist ja ein absoluter Blickfang mit diesen herausstechenden Glubsch-Augen, die quasi die Hälfte des Kopfes einfach ausmachen gefühlt. Antaresia Schildreni ist aber allgemein eine richtig, richtig tolle Art. Und ich finde auch, dass man sie viel zu selten in der Terroristik, also im Hobby sieht. Also habe ich jetzt einfach mal so ein paar Randinfos tatsächlich für euch vorbereitet. Die haue ich euch jetzt um die Ohren, ob ihr wollt oder nicht. Denn ich finde auch, dass das wirklich Tiere sind, die für den Einstieg, also für Anfänger geeignet sind. Es ist wie gesagt ein Antaresia Schildreni Männchen. Ich halte auch ein Pärchen aktuell. Der deutsche Name ist dann bei uns eher geläufig als, ja, gefleckter Zwergpython oder auch australischer Zwergpython. Und da verrät natürlich auch schon gleich der Name, woher das Tier ursprünglich kommt, nämlich aus Australien. Und es gibt mittlerweile viele, viele seriöse, tolle Züchter in ganz Europa und eben auch Deutschland. Das heißt, wir müssen nicht auf Wildfänge zurückgreifen. Das wäre aus Australien sowieso nicht möglich. Wir können ganz normal stabile und gut fressende Nachzuchten erwerben. Es handelt sich, wie gesagt, dabei auch um eine ungiftige Wirgeschlange, aber eben um eine kleinbleibende Pythonart. Das war für mich damals sehr ausschlaggebend. Ich hatte nämlich nach einer Pythonart gesucht, wollte aber kein Fünf-Meter-Tier im Haus haben. Spoiler-Alarm. Ja, hat sich nochmal geändert, aber dazu wann anders mehr. Und dann bin ich eben auf die australischen Zwergpythons gestoßen, was wirklich eine ganz, ganz tolle Art ist. Denn mit 80 bis 100 Zentimetern sind die tatsächlich ausgewachsen. Die Männchen, die sind relativ schmal und bleiben wirklich so bei maximal 90 Zentimeter. Die Weibchen werden dann ein bisschen massiger und eben auch gerne mal einen Meter groß. Und was ich auch noch super, super spannend finde bei der Art, die bewohnen in Australien so gut wie jedes vorstellbare Habitat. Das heißt für uns zu Hause, wir können das Terrarium so einrichten, wie wir gerade Bock haben. Denn es ist egal, ob wir jetzt eine Graslandschaft nachbasteln oder einen Regenwald oder so wie ich beispielsweise einen stinknormalen Wald. Man kann sich da komplett austoben, auch relativ trockene Gebiete werden da bewohnt, also sehr, sehr flexibel. Und ich meinte ja vorhin schon, dass die definitiv für Anfänge geeignet sind. Warum jetzt eigentlich? Die Haltung ist wirklich absolut easy. Wenn man sich da ein kleines bisschen mit auseinandersetzt, seine Infos und Recherche einholt, dann kriegt man die Haltung wirklich sehr, sehr einfach hin. Die Tiere sind relativ robust und verzeihen auch mal einen kleinen Fehler. Und das Schöne ist eben auch, dass sie so schön kleinbleibend sind und dementsprechend keine riesigen Terrarien brauchen, wie beispielsweise einen Tigerpython oder auch eine Kornnatter, die ja eine recht große Höhe benötigt. Und ein großer Vorteil gegenüber von Königspythons beispielsweise auch, die fressen immer. Zwergpythons sind wahre Müllschlucker, wenn die als Jungtiere einmal anfangen zu fressen, dann fressen die immer. Und sie fressen dann eben auch einfach Nager in passender Größe, die wir im Zoohandel kaufen können oder online bestellen. Also auch keine Nahrungsspezialisten. Super easy, die ganze Geschichte. Worauf sollte ich allerdings achten? Es handelt sich um eine australische Art. Das heißt, wir müssen Richtung Artenschutz einmal gucken. Antaresia, Schildreni sind im Artenschutzprogramm gelistet, beziehungsweise sind sie WA2-Tiere, meine Güte. Also sie haben eine Listung und sind somit meldepflichtig. Und ihr benötigt korrekte Papiere, also einen Herkunftsnachweis, damit ihr einfach belegen könnt, dass es Nachzuchten sind, woher diese Nachzuchten stammen und was und woher die Elterntiere stammen. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr das nicht macht, könnt ihr zum einen eine Geldstrafe kassieren oder sie schnappen sich die Tiere und behalten die im schlimmsten Fall auch ein. Das muss natürlich nicht sein. So viel dann jetzt erstmal zur Haltung und zur Art an sich. Wer da noch Fragen hat, kann gerne auch bei TikTok oder Instagram vorbeischauen oder schreibt mich einfach gerne an, dann kann ich euch da noch ein bisschen mehr Infos zu geben. Denn ich halte die Art jetzt seit 2017. Den Olaf habe ich seit Oktober 2017 im Bestand. Und das war, wie gesagt, das erste Tier nach kleiner Terroristikpause. Wollte damals unbedingt einen Python und zum Werdegang aber gerne an anderer Stelle nochmal eine neue Folge. Da habe ich schon was für euch vorbereitet. Ich habe damals überlegt, kaufe ich mir einen Königspython oder einen Zwergpython. Verzeiht mir die Aussage, aber Gott sei Dank habe ich die richtige Wahl getroffen. Ich möchte jetzt hier keine Art irgendwie abwerten. Aber ich bin ja, wie der eine oder andere weiß, kein Königspython-Fön. Möchte da jetzt auch gar nicht groß weiter drauf eingehen. Kommen wir stattdessen wieder zurück zum Olaf, denn der ist ja unser VIP diese Woche hier. Und ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich nutze tatsächlich Werkzeuge bei ihm in Form eines Schlangenhaken. Normalerweise mache ich das nur bei Giftschlangen, aber der ist immer sofort zur Stelle, beißt in alles, was er irgendwie erreichen kann. Egal, ob es jetzt meine Hände sind, irgendwelche Kleidungsstücke, Haken, die Sprüher oder tatsächlich auch Pflanzen. Ja, ihr habt richtig gehört, er beißt in Pflanzen. Und das Witzige ist, es ist tatsächlich kein klassischer Abwehrbiss, den Schlangen manchmal ausführen, wenn sie sich bedroht fühlen. Nein, es ist wirklich ein Futterbiss. Denn ich kann euch mal ein bisschen erklären, wie das abläuft. Ich hole ihn mit Haken raus, setze ihn dann ganz entspannt auf meine flache Hand. Und dann beißt er einfach in meine Hand oder in meinen Finger, in meinen Arm. Einfach so aus dem Nichts. Obwohl ich die vorher gewaschen habe und sie nach nichts riechen, also auch nicht nach Futter. Ja, und dann wickelt er sich auch drum, als würde er das Beutetier umwickeln und würgen. Und dann bekommst du ihn ein paar Minuten lang auch nicht so einfach wieder ab, weil ich möchte ihn natürlich auch nicht, ja, irgendwie verletzen dabei. Das ist manchmal ein bisschen nervig und ich sage ganz ehrlich, es ist auch nicht mehr ganz schmerzfrei bei der Größe. Aber ja, ich kenne es mittlerweile und deswegen hole ich ihn, wie gesagt, auch sehr, sehr selten nur noch raus. Kommen wir aber mal zurück zu der Pflanzenthematik. Da habe ich eine ganz witzige Story für euch. Ich hatte eine Weile, wo er noch jünger war, viel Efeutute im Terrarium, also eine ganz stinknormale Pflanze aus dem Baumarkt. Und die nutze ich tatsächlich auch bis heute. Dann habe ich gefüttert. Er hat die Futtermaus aber verfehlt, von der Pinzette wohlgemerkt, und hat dann stattdessen in das Blatt der Efeutute gebissen. An sich jetzt nicht spannend, aber Olaf war so verwirrt in dem Moment. Er hat einfach sich komplett um dieses Blatt gewickelt als Beeresbeute und hat auch angefangen es zu fressen. Dann musste ich selbstverständlich einschreiten, weil ich glaube bis heute, er hätte dieses ganze blöde Blatt gefressen. Ich glaube, dazu habe ich tatsächlich auch irgendwo noch ein Video, das muss ich mal rauskramen vielleicht die Tage. Aber er scheint ein großer Fan der Botanik zu sein, kann ich euch sagen, denn ich habe noch eine Story parat, da erinnere ich mich gerade dran. Kurze Zeit später habe ich Bogenhanf versucht ins Terrarium zu pflanzen. Kennt ihr vielleicht von der Schwiegermutter oder so Bogenhanf ganz klassische Zimmerpflanze. Die magst du nämlich auch ein bisschen trockener und ist relativ stabil. Er saß jedenfalls neben dieser Bogenhanfpflanze direkt am Boden. Ich habe ihn angetippt, ich glaube mit Haken oder Finger, ich weiß es nicht mehr. Er hat sich blitzschnell umgedreht und in diesen Bogenhanf gebissen. Ihr habt es wahrscheinlich schon erwartet. Er hat sich dann komplett um diesen Bogenhanf, diese Pflanze, rumgewickelt. Also ich glaube auch davon habe ich Videos. Es ist wirklich, ich habe noch nie so ein Tier erlebt, kann ich euch wirklich sagen. Es wird niemals langweilig mit ihm. Und dann fotografiere ich ja tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Also mit Makroobjektiv mittlerweile richtig. Und ja, wenn ihr da Interesse habt, guckt gerne bei Instagram vorbei. Da poste ich regelmäßig Fotos. Aber zurück zum Thema. Das möchte ich euch auch noch gerne erzählen zum Olaf. Damit ihr wirklich seht, was das für ein Spezialfall ist. Ich habe mir also meine Spiegelreflexkamera mit dem Makroobjektiv geschnappt und habe alles aufgebaut. Habe mir einen Stuhl hingestellt, denn es ist ja keine Giftschlange. Da brauche ich jetzt nicht so auf Sicherheit achten. Habe mir mein Licht aufgebaut. Mich auf den Stuhl vor dem Terrarium gesetzt. Und die Scheibe geöffnet und wollte dann loslegen. Aber Olaf war schneller. Ich weiß bis heute nicht warum, aber er ist aus diesem Terrarium rausgehechtet und hat sich um mein Knie gewickelt. Ja, um mein Knie und hat mir dann in die Hose gebissen. Ich glaube, auch davon habe ich noch irgendwo ein Foto oder Video. Das glaubt mir wirklich sonst kein Mensch. Ihr seht also, wenn ich sage, er ist ein bisschen speziell, dann meine ich das halt auch wirklich so. Er ist wirklich speziell. Und trotzdem liebe ich dieses Tier, wie gesagt, wirklich unfassbar. Ich habe so viel Spaß an dem. Und früher habe ich tatsächlich ein, zweimal überlegt, ihn zu verkaufen. Das war so die Anfangszeit, wo ich mit Giftschlangen gestartet habe. Und ja, heute bin ich tatsächlich sehr, sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich würde es absolut bereuen. Denn so ein beklopptes Tier, sage ich euch ehrlich, das findet man so schnell nie wieder. Und ihr fragt euch vielleicht sogar auch, woher denn dieser, ja, random Name Olaf stammt. Das erkläre ich euch auch gerne nochmal so ganz kurz. Und zwar war das ja so nach der Terroristikpause das erste Tier, was wieder eingezogen ist. Und meine Mutter war sehr fasziniert von ihm und seinen Glubsch-Augen. Und sie kam dann irgendwann hier ins Haus und meinte, das ist definitiv ein Olaf. Der sieht aus wie ein Olaf. Und sie hat den Namen dann wirklich von dem Film Die Eiskönigin oder auch Frozen rausgeholt. Beziehungsweise da hatte sie den Impuls her. Den kennt ihr vielleicht, diesen komischen Schneemann, der auf Umarmungen steht. Also ihr seht schon, vielleicht ist das einfach seine Art, keine Ahnung, seine Liebe irgendwie mir preiszugeben. Und wenn wir schon bei der Eiskönigin sind, so könnt ihr euch vorstellen, das Weibchen, was ein paar Jahre später dazu kam, trägt mittlerweile den Namen Hildegard. Auch von meiner Mama ausgewählt. Und das passt irgendwie auch absolut. Die sitzen aktuell zusammen im Terrarium. Seit Ende Februar paaren sie auch ganz, ganz fleißig. Das heißt, ihr müsst mir jetzt ganz doll die Daumen drücken, denn dann haben wir vielleicht dieses Jahr, ja, die ersten Olaf, also Antaresia Schildrini-Babys. Wäre für mich eine Premiere. Ich habe noch gar keine Erfahrung auf dem Gebiet. Aber Gott sei Dank einen ganz, ganz tollen Kumpel, der die Art schon nachgezogen hat und mir damit Rat und Tat zur Seite steht. Also schauen wir mal, was wird. So, das war es dann an der Stelle auch schon wieder von mir und vom Olaf. Ich habe euch da jetzt einige Sachen um die Ohren gehauen und ich hoffe, dass ihr auch das ein oder andere Mal so ein bisschen schmunzeln musste tatsächlich. Ich hoffe, dieses Tier macht euch genauso viel Freude, wie er mir jeden Tag macht. Und ich danke euch fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal, also bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. und wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche oder Wochenende. Tschüss!